Die zweite Folge, die ich gerade aufgenommen habe, die ging nur 15 Minuten. Das ist ein bisschen doof, ich habe da nicht auf die Uhr geguckt. Jetzt habe ich aber auf die Uhr geguckt. Das hier, vielleicht ist das, was wir suchen. Brockblume. Das heißt, entweder wir finden hier auch noch eine Xanderwurzel oder wir müssen echt nochmal zurück zur Schule. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Ich wette, hier gibt es so ein Easter Egg. Irgendwo ist hier so ein Geist, wenn man zu einer bestimmten Zeit da ist oder so. Das ist ja irgendwie immer so. Ich freue mich schon. Nein, nein. Fertig. Ich habe doch... Nee, nee. Ich will so bleiben, wie ich jetzt bin. Ich würde sagen, wir müssen zurück zur Schule. Voll Kacke. Ich habe mich so gefreut. Vielleicht finden wir ja hier alles. Naja. Dann wissen wir jetzt. Aber kann man hier... Es ist sowieso Nacht, jetzt lohnt sich das eh nicht, irgendwas zu verkaufen. Sonst hätte ich gesagt, ich gehe jetzt zum Händler und wette die ganze Scheiße los. Doof, dass man hier nicht schneller rennen kann. Das ist echt... Voll die Explosionsgeräusche. Ich dachte, das hier ist irgendwie irgendwo Krieg schon wieder. Aber das scheint wohl einfach nur so in der Musik zu sein. Ja, sonst wäre nämlich die Zielmarkierung auch noch da. Voll die wider... Voll die widerlichen Büffel, ey. Das hier können wir verkaufen. Und die H-Klammern brauche ich eh selbst. Da müssen wir auch mal reingehen. Aber erstmal muss ich meinen ganzen Kack loswerden. Ne, oder da gehen wir rein, wenn wir in der Schule waren. Ach, da kann man überhaupt nicht rein. Aufmachen kann man das nicht, oder? Irgendwie. Ja, das... Ja. Hm. Das gibt's doch gar nicht. Irgendwo hier muss das doch... Ist das in der Schule oder hier draußen? Weil drinnen, ich... Ich weiß nicht, wo ich drinnen nach so einer... Och, das können die mir doch nicht erzählen, ey. Die erkennst du ja gar nicht. Diese kleinen Penippels da, die aus dem Boden ragen. Okay. Jetzt bringe ich das mal nach Sunny ans Lagerfeuer. Aber erstmal... Gucken wir, ob die Taverne noch auf ist. Weil, ey, das ist... Ich hab keine Sachen... Ich hab lauter Sachen in meinem Inventar, aber... Oh, kein Cash Money, ne? Ja, ich bin gespannt, was wir alles noch erleben werden hier. Es ist niemand hier. Ist jemand hier mal auf dem Scheißhaus? Ne, tote Hose. Mann, Mann, Mann. Naja, dann geh ich jetzt nach Sunny. Ich find diese... Atmosphäre von Fallout mega cool. Wenn das dann so... Ja, so... Tot einfach ist. Man hat die Musik im Hintergrund... Und dann läuft man da durchs Ödland. Früher fand ich so Musik in Videospielen... Immer, wenn dann... Bei manchen Spielen ist es ja so... Ist ja bei Fallout auch so, dass dann die Musik sich ändert, wenn Feinde kommen. Und früher hab ich mir dann immer voll in die Hose geschissen, als ich noch so richtig klein war. Und fand das voll horrormäßig, wenn dann so eine Musik gekommen ist. Es ist Serious Sam, das weiß ich auch noch. Das hab ich dann gezockt. Ähm... The Second Encounter. Die Leichen hier. Habt ihr das gehört? In... In... The Second Encounter, wenn man dann... Wenn dann immer diese Musik kam. Keine Ahnung. Boah, und das war voll gruselig. Ey, was ist denn das, Alter? Boah, sowas ist gruselig, ey. Ich wette, hier ist irgendwas. Ich wette... Habt ihr das gehört? Oh mein Gott. Boah, das ist mega gruselig grad, ey. Halloween. Schon wieder. Wo ist denn das Lagerfeuer, Mensch? Oh mein Gott. Hä? Alter, kratzt doch jetzt ab, Mann. Dein Ernst? Da ist ein einziger Punkt noch. Hier gibt's voll viele Lagerfeuer, ey. Was ist denn hier? Die schlafen können wir hier. Milchflasche, ist die noch? Da ist nix drin. Oh, eine Harmonika. Dann wollen wir mal zu Sunny gehen. Und nach Cheyenne. A.K.A. Mr. Doggy. Mrs. Doggy. Zeigen Sie mir mal, was Sie haben. Ja, das sollte hinkommen. Gut hinkommen. In Ordnung. Wir werden was zusammenbrauen, das die Leute auf der Walz Heilpulver nennen. Uh, Heilpulver. Das wird ja eine lustige Angelegenheit. Also, wir können jetzt hier boah, einen bläfligen Mini-Burger. Ja? Gott, voll ekelhaft. Heilpulver. Was soll ich denn jetzt... Ach so, wird das jetzt alles hergestellt? Ah. Heilpulver hinzugefügt. Ah, so funktioniert das also. Dann machen wir hier unsere Gecko-Steaks auch mal. Und bläfligen Mini-Burger. Hey, nicht schlecht? Sehen Sie... Ich bin richtiger Koch. ...zu arbeiten, braucht man nur die richtigen Zutaten und das richtige Wissen. Manchmal braucht man nicht mal ein Lagerfeuer. Vielleicht müssen Sie mal an Ihren Waffen und der Munition herumfummeln. Wichtig dabei ist aber, dass man weiß, wie es funktioniert. Man braucht nur den richtigen Arbeitsplatz. Eine Werkbank oder... eine Ladebank oder so. Tja, das sollte für den Anfang reichen. Ich kehre jetzt um. Hoffentlich habe ich kein gutes Lied aus der Jukebox verpasst. Cheyenne wäre untröstlich. Hä, da ist doch sowieso keiner. Trudy, die Barkeeperin des Prospector, ist so eine Art Stadtmutti und trifft gern alle Neuankömmlinge. Sie wäre sauer auf mich, wenn ich Sie nicht bitten würde, mal vorbeizuschauen und Hallo zu sagen. Der kann ich bestimmt auch meinen ganzen Plunder verkaufen. Wo ist die? Trudy im Prospector Saloon treffen. Was können wir denn hier eigentlich so alles machen? Warte mal. Ähm, ich habe hier noch so andere. Das habe ich alles schon gemacht. Das finde ich irgendwie doof, dass man die ganzen Quests, die man schon gesehen hat, alle hier noch drin hat. Lagerfeuerromantik, Trudy... Ach so, die soll... Bei Betreiber das Mojave-Express in Prim Informationen über den Lieferauftrag einholen. Optional mit Victor in Goodsprings über ihre Rettung sprechen. Die Männer finden, die versucht haben, sie zu töten. Ich glaube, diese Quest hier, die wird... sehr, sehr lange dauern. In Prim... Okay. Ich glaube, das sind... Ja, hier mit Victor müssen wir sprechen. Ach ja, das ist ja dieser... dieser Roboter, Mensch. Das hatte der ja erzählt. Habe ich ganz vergessen. Kann man hier irgendwie sonst noch was finden? Oh, voll laut. Wir gehen mal wieder zurück nach Goodsprings und laber mal Wiki voll. Ich wette, je lauter das wird, desto näher sind wir an der Quelle von dem Geräusch. Dann sehen wir bestimmt irgendwie so einen Geist. Weil, äh, Fallout, Bethesda machen ja auch gerne so Easter Eggs. So wie Rockstar Games auch. Die haben ja auch so Alien-mäßig. Bei, bei Fallout ist das ja auch so mit Raketen. Ich weiß nicht, das ist so ein richtiger Raketen-Kult. Überall in Fallout sieht man Raketen. Und es kommt auch in jedem Fallout eine Rakete vor. Guckt mal, Spielplatz. Und irgendwie... Ich glaube, dann muss man warten, bis Tag ist, bis man in der Taverne wen antrifft. Boah, die Dinger sind voll ekelig. Der hat bestimmt eine Quest oder ich muss da rein, sonst würde der da nicht stehen. Hau die, Partner. Sie sehen richtig gut aus, wenn ich das so sagen darf. Danke, dass du mich aus meinem Grab ausgegraben hast. Keine Ursache. Ich bin immer zur Stelle, wenn ein Fremder in Not ist. Wie hast du mich gefunden? Während eines Abendspaziergangs hörte ich Geräusche vom alten Gottesacker. Ich sah ein paar Felsen, also hielt ich mich bedeckt. Als sie weg waren, habe ich nachgeschaut, ob sie noch leben. Das taten sie. Also schleckte ich sie so schnell es ging zum Dock. So einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Ich bin ein Securitron. Rocco Sicherheitsmodell 2060 B. Wenn sie mal einem meiner Brüder begegnen, können sie ihm Haudi vom Victor ausrichten. Haudi. Auf Wiedersehen. Und jetzt verpiss dich da. Da kann man rein sogar. Victor stand nicht einmal im Weg. Ich kann das einfach alles hier klauen. Oh, oh, oh. Guck mal, die ist voll viel wert. Und ich kann nichts mehr tragen. Wow, oh, cool. Blut. Endlich mal was hier. Oh, wir haben hier schon die ganze Zeit Blut gefunden. Ich guck gleich mal. Eine Zündflamme. Die kann man auch gut gebrauchen. Das ist dann immer so, man soll dann, man muss dann was craften. Braucht dann irgendwelche Items und dann findet man die nicht. Ich mach mal, hat der hier irgendwie eine Kiste oder so, wo ich was reinmachen kann? Ich mach das in den Ofen rein. Waffen, Kleidung, Hilfsmittel, sonstiges, Putzmittel, Baseball, Baseball-Handschuh, Bleistift, Druck, Druckkopf, Druckkopf, Kochtopf, alles teuer. Finanzen-Klemmbreit, ey, ganz ehrlich. Jetzt kann ich nichts mehr tragen, aber, gleich geht's erstmal nach hier. Die ganze Scheiße verkaufen. Ich guck mal hier, vielleicht kann ich hier mal ein bisschen Klamotten hier an. Meine Klamotten wechseln. Kleidung. Kleidung kann auch aus ganz verschiedenen Ausrüstungsarten bestehen. Angefangen beim Hemd und Hose über Panzerung bis hin zu Sonnenbrillen und Hüten. SW Einige Kleidung gewährt dem Träger eine Schadensschwelle. SW Die Schadensschwelle ergibt sich dabei aus der Summe der Schadensschwellen der ausgerüsteten Kleidung plus etwaigen Boni durch Extras oder Drogen. SW wird dabei direkt vom erlittenen Schaden abgezogen. Eine höhere SW bietet daher besseren Schutz. Auch wenn ein kleiner Teil des Schadens selbst den dicksten Panzer durchschlägt, ist eine hohe SW immer nützlich. ZST Der Zustand von Kleidung bestimmt, wie hoch der gebotene Schutz ist. Es reicht aus, Kleidung bei einem Zustand von über 50% zu halten. Sie bietet schon dann den maximalen Schutz. Okay, gut zu wissen. Leicht, mittel, schwer. Mittlere und schwere Kleidung verlangsamt Charaktere, wenn sie ausgerüstet wird. Reparieren Diese Option öffnet das Reparieren-Menü, wo man Kleidung durch das Ausschlachten ähnlicher Gegenstände reparieren kann. Ja, jetzt haben wir was gelernt. Den setzen wir uns auf. Das hat noch einen super Zustand. Nahkampfwaffen plus 2, Sprache plus 2. Was ist wahr? Oh, warte, wahr plus 1. Wahr plus 1. Der ist aber viel weniger wert als der. Spielerhut. SW2. SR. Ich würde sagen, wir lassen das mal so. Aber ich muss mal gucken, was habe ich denn hier eigentlich für Waffen? Ich habe, guck mal, das Luftgewehr ist schon voll gut noch in den Schuss. Naja. Greift er mich an? Und dann gehen wir mal zum Salon und verkaufen unseren ganzen Schrott, den wir nicht mehr brauchen. Und dann gehen wir mal zum Salon. Wenn Ringo nicht bald ausgeliefert wird, hole ich meine Leute und wir brennen die Stadt nieder. Verstanden? Hey, du kleiner Hurensohn, arme Nack, heulen. Naja, ich würde mal sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, mache ich mal einen kleinen Cut. Wir sind nämlich schon bei 23. Also es ist 17.23 Uhr, ich habe 17 Uhr angefangen, zu let's playen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben. Wenn nicht, dann fickt euch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.